Hallo again, wir sind hier schon wieder bei Kingdom Hearts, krass ne, wir sind hier bei Kingdom Hearts, Birth My Sleep, Kingdom Hearts 2.2, Birth My Sleep, Fragmentary Passage, krass ne, wir sind immer noch hier, 6er Part ist das, naja, 6er Part, und wir sind gerade durch den Gang im Dornenwald gegangen, wir haben ein paar Schattenbohrne besiegt, ein paar Herzloh zerkloppt, das Rätsel mit Spiegeln gelöst, das war ein paar davor, laber ich da rum, und ja, weiter geht's, ne, hi. So, wir sind hier einfach durch jetzt, aufpassen, da kriegen wir, es regnet die ganze Zeit solche komische Orangenkugeln, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas auftaucht, wir werden jetzt einfach hier nur durchsprinten, weil ich habe gar keinen Bock darauf, mich damit anzufreunden, die Musik, ey, die ist so geil, so Kingdom Hearts 1, so fucking Kingdom Hearts 1, so geil. Ich muss, wie gesagt, so sagen, das Spiel hat viele, viele Soundtracks aus Kingdom Hearts 1, warum ist das so, hm, ich weiß nicht, vielleicht eine Andeutung, man weiß es nicht, ich werde es nicht sagen, nein, wir werden es eh sehen, ich werde es eh sehen, aber schön, es ist schön, vor allem, wie kämpfe ich in Schattenbohrn, es, wie gesagt, es macht Spaß, könnt ihr sagen, was ihr wollt, auch wenn so eine, man kann es ja im Prinzip als Tech-Demo sehen, oder? Ich weiß halt nicht, also was will man dieses Spiel halt direkt sehen, ne? Man kann es halt nicht als Vollspiel bewerten, man kann es auch nicht als Demo bewerten, weil, für eine Demo ist es halt zu lang, es ist halt über zwei Stunden lang. Selbst, ich denke, auf einfach brauchst du länger als zwei Stunden, um das Spiel durchzuspielen, ja? Wenn man die Sequenzen sieht, darum geht es mir jetzt gerade. Ich denke mal, wenn du alle Sequenzen sehen willst, brauchst du doch schon länger. Ich weiß, oh lol, muss man sagen, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wie man die Ziele ändert, oh ne Scheiß, ich hab keine Ahnung. Deswegen greifen wir aber bei der Hand an. Wir greifen die Hände an, weil ich es kann. Weil ich es kann, tue ich das einfach. Dann ist das Schloss von dir, kennt ihr das noch? Kennt ihr das gamlegeschloss von Molyphids noch? Dieser Kampf, ne, in dieser Welt, ich beruf das lieben, aktuell, yeah. What the fuck, ey, war der Kacke. War der einfach nur Kacke. Mag ich mich daran erinnern, weil, wie gesagt, hab ich letztes Partys schon gesagt, Molyphids ist doof, ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. So, können Kopf anvisieren. Ein, nur abvisieren, wow. Wow, ich hab beide erwischt, okay, weiter geht's. Alle fünf, da, 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 da. Kämpfen wir mit Zora ja noch, ne, ist genau das gleiche Spiel wie überall. Wisst ihr, wie geil das eigentlich gewesen wäre, wenn wir gegen alle Schattenbohnen hier kämpfen können? Okay, ist der gestört, ich weiß, ich gebe zu. Ja, hau ihn, hau ihn bitte in den Schritt. Hau ihn bitte in den Schritt, Agfa, bitte. Ich weiß, du magst sowas, aber, nein, hör auf damit. Okay, er rastet aus. Okay, er rastet aus, ich bleib hier stehen und warte. Okay, ich warte auch nicht. Ich warte auch nicht, ich hab Angst. Er schießt Laserstrahlen, alles klar, läuft bei dir. Kannst du aufhören jetzt, ist alles gut, wir haben's verstanden. Entspannen Sie sich. Entspannen Sie sich, Schattenborn-Freund. Einige ist nicht mein Freund, einige ist ein Arschloch. Einige ist ein Arschloch, ganz ganz ganz. Anni ist ja wirklich ein Arschloch. Ja, ich beleidige einen Schattenborn als Arschloch, lass mich. Ich darf das. Ich hab dieses Spiel, also ich hab Kingdom Hearts inzwischen so oft gespielt, ich darf es auch als Arschloch bezeichnen. Und ja, hau ihn bitte wieder in den Schritt. Er mag das. Mann, 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 Aqual, was ist los bei dir? Warum bin ich eigentlich noch hier? Ich glaube, es ist nicht so eine gute Idee, was ich hier mache. Ich glaub nicht. Deswegen war ich mir ein bisschen aus. Wui, erwisch mich nicht. La, 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 la. Wui, wui. Okay, jetzt hat sie mich erwischt. Jetzt hat er mich erwischt, dieser Arsch. So, weiter geht's. Okay, jetzt schießt ihr Laser. Ich bin ein Idiot. Okay, einen haben wir erwischt noch. Gut. Huh. Ich hab ja gar Angst, ey. Ich muss sagen, er überlebt auf jeden Fall länger als auf normal. Das ist halt Fakt. Er überlebt länger als auf normal. Aber wer hätte das bloß erwartet? Wer hätte das bloß erwartet? Ich nicht. Wer hätte das erwartet? Ich glaube, er schießt nochmal. Naja. Er schießt noch einmal die Kugeln. Und wir wären immer nur eine Arsch. Ich bin ein Idiot. Dum, dum, dum. Okay, ich glaube, es darfst du jetzt auch. Ich würde gerne in Arsch Magical gehen, aber das lässt mich das Spiel ever nicht machen. Na, macht er nochmal? Ja, macht nochmal dieses Ding, ne? Ne, er macht. Okay, er macht es nicht. Er macht nochmal. Okay, okay. RIP. MP Maximum erhöht. Ich glaube, jetzt bekommen wir eine lange Szene. Wow, ey. Einfach nur wow. Aber wie krass das war in den USA. Einfach nur... Vor allen Dingen, es war ja bei Kinematsu oder die anderen Teile, sagen wir mal so, die Vorgänger. Da war es ja immer so, dass die Sequenzen immer anders aussahen als die Spielsequenzen. Das ist hier in dem Spiel überhaupt gar nicht so, ne? Ist halt krass. Aber wir haben eine Sequenz. Guckt es euch an. Ist cool. Ist schön eher. Nicht cool. Schön. Tera, Venn. Aqua. Du bist... Tera. Du sprachst? Kannst du mich sehen? Natürlich. Ich sehe Venn, auch. Venn? Er ist hier? Tera, was ist falsch? Was ist falsch? Aqua, hören Sie. Ich versuche, dass das mir ist, aber ich bin nicht selbst. Was bedeutet das? Du hast den Namen Terra benutzt. Das bedeutet, dass du mich sehenst, wie du mich erinnerst. Aber dein Herz ist nur schildert die Bildung, die es so möchte sehen. Das reale mich ist in der Schadung. Dann bist du hier, in der Schadung der Schadung. Nein, mein Herz hat die Schadung mit der Schadung. Das muss deshalb, dass wir reden können. Aber ich kann nichts sehen, Aqua. Wenn du sagst, dass Venn da ist, dann ist er wie ich. Eine Illusion, die von deinem Herz entwickelt. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann, du und Venn sind sicher in der Schadung. Ich denke. Das ist gut. Aber wie hast du mich gefunden? Ich sah hier. Und hörte dich in der Schadung. Genau, aber warum ist dein Herz jetzt mit der Schadung? Was bedeutet, dass du in der Schadung bist? Entschuldig mich. Aqua, Xehanort versucht zu holen Venn. Er wird niemals finden. Ich schraubte Venn gut. Ich denke, dass die Grund, dass er nicht mit mir spricht, ist, dass er noch da ist, schlauert. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich verstehe. 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 Sie müssen ... Ich verstehe. Sie müssen noch ein paar Probleme. Ja, wieder sie mit Terra und Ventus, ne? Aber warum das so ist, wissen wir ja, ne? Wieso er da ist, er ist halt mit Zea noch verbunden worden, ne? Und das Zea noch hat sich halt mit ihm verbunden. Haben wir ja gesehen am Ende des Spiels von Burp of Sleep. Oh, man. Now I can be one with darkness. Aqua, are you okay? Okay. Mickey. How did... Terra, Ben! So, jetzt weiß ich auch, dass sie herzlos sind. Das wusste sie ja vorher nicht. Und der Kampf gegen die zweite... Oh mein Gott. Macht der viel Schaden, ey. Alter, macht der viel Schaden. Hau rein da, so. Ja, diesmal aber haben wir unseren Freund dabei. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's gekackt. Es macht halt... Es macht halt... Wow. Es macht halt wirklich viel Schaden, ne? Das Problem ist aber halt... Auch, dass wir wirklich viel Schaden einstecken müssen, ne? Das ist halt auch so ein Fakt. Aber das wurde mir auch schon gesagt. Ich gebe zu, mir wurde gesagt, auf Probi werde ich meinen Spaß hier haben. Denn... Der Kampf ist scheiße. Wir werden... Ich wollte... Ich wollte... Okay. Ich wollte das tatsächlich nicht. Ich wollte nicht tatsächlich mich schon heilen. Aber wenn wir jetzt erst Magica erstmal zu aktivieren. Okay. Oh mein Gott. Es kann sein, dass ich mein Item mehr benutzen muss. Sogar. Denn ich... Es kann passieren, dass wir... Wenn ich mir jetzt mal einen Empedisch-Schlägen-Grund wiederbekomme... Dass wir uns auf jeden Fall auch nochmal heilen müssen. Ah, definitiv einmal heilen müssen. Ich werde das aber ein bisschen angreifen. Wir gucken, ob wir Glück haben, ob wir nicht Glück haben. Wir nutzen das Abschlussangriff. Bevor jetzt der... Bevor mein Angriff aufhört. Bevor der Angriff einfach aufhört, wäre... Ein bisschen sinnvoller, wenn wir das machen. Okay. Sieht nicht schlecht aus bisher. Sieht tatsächlich nicht so schlecht aus. Lang... Okay, jetzt muss ich heilen. Jetzt muss ich tatsächlich heilen, bevor wir jetzt auf die Fresse mitkommen. Okay. Wieder Ars-Magica. Der Kampf läuft besser als er wartet tatsächlich. Okay. Da muss ich einmal... Damit wir zumindest auf Trotzkopf wieder hochkommen. Okay. Alles gut. Miki hat mich gerettet. Als ob du Pisser. Lass das. Okay. Ich verpiss mich kurz einmal. Wenn wir jetzt zumindest unsere MP wieder haben. Okay. Okay. Cool, wir haben es. Oh Gott, ey. Ich wollte hier nicht RIP gehen. Tut mir leid. Ich muss so ein Item benutzen. Ich habe nicht so Interesse gehabt, den Kampf zu verkacken. Ja, tatsächlich. Wirklich? Es ist besser nicht unsere Glück. Mensch. Ich habe nie gedacht, ich würde dich in dem Raum der Schmerzen finden. Das ist sicher. Also, ähm... Was ist passiert? Have you seen Tara or Venn? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Right. Say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First tell me, how long's it been in the realm of light? About ten years. Interesting. After we last spoke, I took Venn somewhere safe. And then I went after Tara. But Tara was about to fall to darkness. So I had one choice. I stayed here in hopes of giving him a chance. I didn't know. How about you? What could have brought you here? Has something happened in the realm of light? It's the Heartless. They've been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish in the darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides, we can protect the other worlds. So you see, I came here to find the key on this side. Turns out, it's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So they were helping. Tara and Ben brought you and I back together again. Yeah. But the worlds are still in danger. Tara, did he make it back to the realm of light? We still haven't found him. I see. Well, wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know, he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about then? He won't wake up unless I'm there with him. I have to go. I have to find a way back to the realm of light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, uh, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. You haven't changed at all. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready. Das war Miki. Und er unterstützt uns jetzt erstmal. Er unterstützt uns. Haben wir keine Karte, die ich gerade sehe. Das ist natürlich super. Wir haben keine Karte. Nice. Fantastic fun wieder hier. Fantastic fun. Hi. Neue Gegner. Wie seht ihr denn aus? Was ist ihr für welche? Die sind ein bisschen aus dem Georock. So ein bisschen Georock mäßig sind die, ne? So ein Little Bit Ähnlichkeit haben die ja schon, ne? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber Miki, ihr müsst auch kämpfen, bitte. So. Jetzt müsst ihr mal kurz überlegen. Jetzt ist mal so eine ganz tolle Frage an euch selbst. Wann denkt ihr spielt das hier? Wo sind wir gerade? In welcher Zeit? Er sagte gerade, die kämpfen gerade gegen die Herzlosen, ne? Oben in der Welt des Lichts. Also draußen, außerhalb. Wo sind wir wohl gerade? Hm. Ganz schwer, oder? Ich weiß. Ganz schwer. Es ist ganz schwer. Aber wir haben eine Karte. Dann finden wir den Weg auf jeden Fall. Mit der Karte werden wir weiterkommen. Gut. Wollen wir nochmal... Ich wollte gerade sagen, ich müsste jetzt die Gegner auftauchen, aber... Wir gehen mal hier unter den Lücken. Ist ja... Warte mal, war ich hier schon mal? Ne. Ich glaube, hier war ich tatsächlich nicht. Ja, ich war... Hier glaube ich doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen einmal kurz ein bisschen aufräumen. Die wollen mir jetzt auf den Sack gehen. Ja, da habe ich das Gefühl. Ich glaube, die wollen mir auf den Sack gehen. Merkt es, wie die Herzlosen sind wieder richtig on point? Wir sind wieder on point, die Gegner hier. Hi. Ja, hallo. Was ist so aus? Das ist nett. Ich mag es auch, wenn ihr ausrastet. Ich mag es, wenn ihr ausrastet. Macht bitte weiter. Und Micky, mach mal bitte was richtig. Macht doch bitte was. Micky, was ist los bei dir? Was ist denn los bei dir, Mensch? Wie viele leben da noch? Ah, der Feuertschule blieb noch. Der Feuer lebt noch. Der Feuertschule. Jetzt kommt der Feuer. Ich raste aus. Ich raste aus. Komm her. Mach nicht so einen Stress. Okay, jetzt ist es. Jetzt ist es. Jetzt ist es aus hier. Jetzt machen wir das Licht aus. Zack. Jetzt kommst du noch dran und dann haben wir es, glaube ich, ne? Ja, okay. Okay. Gut. Ich glaube tatsächlich, hier ist auch nichts. Man kann es sein, dass hier nichts ist. Mal gucken, wie wir rauskommen wieder, ne? Was ist doch da? Wow. Ich wollte gerade sagen, wir kommen jetzt wieder hoch. Aber ihr habt es gefunden. Gut. Aber. Ich muss leider so ein Arschloch sein und den Part an dieser Stelle spenden. Ich weiß. Doof. Es tut mir auch leid. Aber. Im nächsten Part geht es ab hier weiter. Denn wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.